. . . . . . . . . Was? . 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 So! Geht ihr sonst auf die Ohren? So! Einen, wo kommen zu mir, so heißen mich die Leute. Ich hab dich fragen wollen, obst du nicht jemand mit mir gehst? Nein, ich mag nicht. Es muss aber länger sein. Nein! Nein, Bruder! Nein! Schau Kasper, der Schuss heut soll dich vermahnen als End von aller Zeitlichkeit. Aber ist das ein Minder? Ein starker, ein guter, ein probier! Nein! Das geht doch nicht! Ja, traust du nicht? Getrauen! Ich weiß bloß nicht, ob das gern gesehen wurde. Du musst doch kennenlernen, von was für Seligkeiten du die Leute wegholst. Seligkeiten! Und wenn's doch anders war, und ihr den Boden nicht bestät, Marei, die macht euch euer nur doch für die. Ja, wenn der Glorikante und Kipps unterstrecken war das bald! Wart euer nur ein anständiges Mal, wo ich das lieb! Marei! 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 Machen wir mit? Da! Und nix zum Schmieren! Haben wir schon! So, und jetzt ein gutes Ausspielen! Apropinquat-Knie-Dank! Ja, was ist das? Wenn ich schon mal einen Solo hab... Ich wollt schon! Da muss er sein! Weil das Witter ist zwar immer noch! Dass der Stein schaut runter, weil noch alles verliebt der Gestalt! Ist das er? Denkst doch wo sehr am Leben? Meine Verzeihung! Euer Heiligkeit! Er ist in Gefahr! Was? Ja, die schießen ihn da und dann... Was dann? Ja, dann... Kommt er hierher zu dir! Ernstel Maria Katharina aus Allmacht gebürtig! Heimgerufen durch Gnade im 42. Lebensjahr! Ja! 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 Je ne, Ja... Hauptfans! Du hast ja die Suppe heilgebracht, den find's aus. Sonst jag ich dich vom Ernst und stell dich vor selbst in den Griff. Und lasst in den Schrecken von der Füße berichten, deine Reise geht ins Tier. Huuuui! Huuuui! Huuuui!